Hier sehen wir unseren Haifantor-Billardtisch. Betonung liegt hier auf Outdoor. Das ist also ein sehr robuster Billardtisch für den Außenbereich. Kann natürlich dementsprechend auch innen benutzt werden. Es handelt sich hier um einen Billardtisch, den man zu einem Esstisch umwandeln kann. Das heißt, hier gibt es zwei Esstischplatten, die man draufsetzen kann, wenn man dort mit Essen möchte. Wenn man spielen möchte, entfernt man die Tischplatten. Die kann man anschließend direkt unter dem Billardtisch verstauen. Die verschwinden beide hier. Und dieser Billardtisch, der kann, wie gesagt, da es ein Outdoor-Billardtisch ist, kann der auch draußen stehen bleiben. Der kann auch regen, der ist regenfest. Der darf auch mal ein Glas Rotwein drüber kippen. Der lässt sich wunderbar reinigen. Dies auch sogar mit einem Hochdruckreiniger in einer niedrigen Stufe, um das Ganze sauber zu bekommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.